Der einsame Mensch versucht in der Natur zu überleben. Früher war er eitel und wohlhabend. Heute jedoch erkrankt er an der Einsamkeit. Die Hoffnung steht nicht auf festem Grund. Gute Taten, schlechte Taten, Hölle oder Paradies? Habe ich Menschen Unrecht getan? War ich ein guter Mensch? Würde jemand um mich trauern? Was habe ich im Leben erreicht? Durch die Hinwendung zu Gott finden Fragen ihre Antworten. Die Hoffnung ist wieder stabil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.